Die Welt braucht einen Helden, ein Licht in der Dunkelheit. Es gibt Kunst so schlimm, dass wenn Leute sie sehen, werden sie blind. Deshalb habe ich diese Frage, wer kann die Welt retten? Wer? Ich bin Schnacki, das kleine Krokodil. Kekse, Kekse, Kekse. Also die in der Stadt. Zehn Leute blind und jemand ist verantwortlich. Zuerst haben sie geglaubt, dass dieser glattköpfige Mensch verantwortlich war. Sie haben gedacht, dass der Schein auf seinem Kopf gefährlich war und hat alle die Leute blind gemacht. Und die Polizei haben ihn festgenommen. Was? Meine Schnürbar ist nicht richtig? Ist das besser? Gut. Ich habe das Krankenhaus besucht und mit einem Mann gesprochen. Er ist blind geworden und er heißt Helmut Müller. Was? Nicht? Nicht Helmut Müller. Er heißt Holchi Neuschwanstein von Düsseldorf. Und hier bin ich mit Holchi. Holchi, wie fühlst du dich? Danke. Herr Doktor, können Sie bitte erklären, was ist mit diesen Leuten passiert? Ja, sie haben etwas so schrecklich gesehen, dass ihre Augen nicht mehr funktionieren können. Und was ist so schrecklich, so hässlich, dass das passieren könnte? Kunst. Das stimmt. Es gibt einen Kunstler in der Stadt und er hat gefährliche Kunst. Danke, Fritz. Im Essen hat eine große Kunst. Oh nein! Das ist schlimm. Nein! Wir haben keinen mehr Kartoffelchips. Das ist so wunderbar. Hm, Evan. Nein. Alex, haben wir Eis? Hallo, Evan. Gott? Nein. Wir sind eine Institution von Spionen, die die Welt retten müssen. Ja, Evan. Es gibt eine große Gefahr in der Welt. Die Welt braucht sie. Ich? Warum ich? Oh, Evan. Ehrlich habe ich keine Ahnung. Alle anderen Leute haben zu viel zu tun. Aber ich habe viel zu tun. Ah, nein. Aber die Welt braucht sie, Evan. Sie haben gehört, dass es hässliche Kunst gibt? Ja. Wer hat es gemandet? Ein böse Künstler, der seinen Namen so böse und schrecklich ist, dass erneute es hört weinen Babys und große Männer. Dieser Mensch so böse ist, dass Frauen schreien und Katzen sterben, wenn sie an ihn denken. Seine Name. Seine Name ist... Äh... Mensch. Moment. Oh, du schöner... Oh, du schöner... Oh, du schöner... Oh, du schöner... Oh, du schöner Schnitzel... Okay. Wo war ich? Ah. Hallo, Evan. Große Gefahr. Hässliche Kunst. Ah. Ja. Ein böser Künstler, der seinen Namen so böse und schrecklich ist, dass wenn Leute es hört, weinen Babys und große Männer. Dieser Mensch so böse ist, dass Frauen schreien und Katzen sterben, wenn sie an ihn denken. Seine Name. Seine Name ist... Die sind nicht wichtig. Ich schicke jemanden bei euch. Ja. Aber wer? Wer kann uns helfen? Ich muss jetzt gehen. Morgen erfahrt ihr. Mensch. Wer ist das? Geh nach Arneuk. Jetzt beginnt eure Training. Was meinen Sie? Wir müssen anfangen. Die Welt braucht euch. Ich komme von einer Institution von Spionen. Wir sind die SGSK. Spionen gegen schlechten Kunst. Der Künstler hat schon 20 Leute verletzt. Aber was können wir tun? Ihr müsst Spionen werden, um die Welt zu retten. Wieso? Trainieren. Greens串. Kl게요, nehme ich hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich, 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 ich kann nichts sehen. Denk, denk an gute Kunst, denk an gute Kunst, denk an gute Kunst. Ich kann sehen, ich weiß, was ich tun muss. Du kannst sehen? Was? Was meinst du? Guter Kunst. Das stimmt, Eric. Guter Kunst. Nein! Nein, nein! Deine Kunst ist fertig. Oh, ich habe das Licht gefunden. Und mehr Kartoffelchips. Wir haben es geschafft. Das stimmt, aber die Institution hat mir angerufen. Dieser Mensch ist von dem Gefängnis Fekerns. Die Welt braucht euch. Wieder. Alex, gib mir die Kartoffelchips. Was?